Wir haben so eine Laugenspanne und so ein bisschen so, weiß nicht, wie geht. Wir haben mal zugeholt, kannst du hier in Richtung. Das ist der Kasselhandel hier. Kaffee im Auto. Ja, Kaffee im Auto. Ja, Kaffee im Auto. Das ist genau so, wie wir da morgens hier haben. Das ist die Kaffee im Auto. Das ist richtig. Wir haben Musik gestern. Das kann schon mal zu Ende fahren sein. Die Kaffee noch mal langsam hoch bis zum fahren. Das ist schon nicht so. Und wir haben jetzt noch eine Anfahrstraße, die wir schon wieder haben. Und wir haben uns jetzt kurz noch mal zu Ende. Aber dann war auch hinter dem Kaffee im Auto. Das ist ein Kaffee im Auto. Das ist ein Kaffee im Auto. Das ist in der Kaffee im Auto. Applaus Vielen Dank. 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 Vielen Dank.